wow wow und nochmals wow leute es war der hammer heute morgen loszugehen mit der kamera ich wollte erst ich bin ehrlich wirklich wirklich ehrlich jetzt ich wollte erst nicht los mit der kamera weil es grau war regnerisch sah es wirklich es sah wirklich regnerisch aus alles und dann bin ich ja in die küche gegangen guck aus dem fenster und der himmel der färbt sich dann dann dachte ich mir ich schaue mir das erst mal noch ein paar sekunden an oder ein paar minuten guck dann über die kooks cam über der kummer syrmbucht und sehe dann ja der himmel der färbt sich ganz schön und dann habe ich gleich meine sachen gepackt und bin los und dann bin ich dann zur alten liebe hingefahren mit meinem e-bike und was soll ich sagen es war hammer geil die stimmung ein wunderschönes kalt warm kontrast es war einfach nur atemberaubend ich muss sagen es waren atemberaubender moment diesen festzuhalten auf der kamera das ist einzigartig und davon habe ich auch immer geredet mit wolken sowas einzufangen dass die wolken sich schön rot knallig auch noch färben dann hast du das ding richtig in kasten und dafür lohnt sich es auch lohnt es sich natürlich auch los zu gehen loszufahren mit seiner kamera um auch wunderschöne momente zu fotografieren so sehe ich das vielleicht siehst du das da draußen anders aber du kannst mir ja gerne mal sagen wie du diese bilder findest die ich gemacht hatte vom hafen guckshafen wenn sonnenaufgang kannst mir gerne mal hier unten in den kommentaren schreiben also ich war sehr überwältigt davon dass überhaupt sowas in der letzten zeit ist eher gar nichts passiert aber jetzt ist es passiert und solche stimmung mal gucken wann die wieder kommt ich kann es leider nicht sagen es ist natürlich ein naturschauspiel und das ist einfach der hammer ja also schreibt mir hier unten mal gerne in den kommentaren wie ihr das findet ob es gut findet oder schlecht findet die bilder ich würde mich riesig darüber freuen über das nettes feedback wie immer und dann sehen wir uns am nächsten kux samstag natürlich wieder euer marcel kuxhafen fotografiert adios